Ja, also eben, jetzt kann ich da sitzen, wenn ich reinkomme, und die Schuhe abgezogen habe, und diesen Block da auch nicht da habe, den Kackalaken, und die Schlüsse da auch nicht gehängt habe. Die lieben Schackenlis geschaut habe, und mich abgezogen habe, da und da abgezogen. Und das ist jetzt auch so gut, wow, das war jetzt ein Reflex, ja, auf jeden Fall eben da auch eine schöne Seite, was ist denn da passiert, ja krass, so auf jeden Fall das Zeugs fehlt da, oh, oh, cool, ja. Und wenn ich da stehe, und das Wasser rein tue, immer der rechte, dann leuchtet manchmal da schon, geht es nicht, und da aber, ja eben, dann tönt es da, wenn ich da stehe. Wenn ich will, da kann ich Kaffee machen, den ich jetzt gerade auch trinken kann, da kann ich meine Blümchen nicht vergessen, und da ist mein, da, ich nehme mal die Gerüche weg, die da rauskommen, was das sein könnte. Ich weiss es nicht, ich weiss es nicht, auf jeden Fall das hier, das ist so ein schneebedeckter Bett, nein, nein, ist so gut. Also es wäre noch cool gewesen, ein schneebedeckter Berg, und dahinter die düstere Nacht. Und da auch Berg, oh, ja, und da ist die Uhr, und wenn ich da manchmal stehe, dann kann ich da schon die Uhr ein bisschen gassen, da hinten rein. Aber muss ich nicht, wichtiger ist, wenn ich da sitze, dann ist es beim Bild vorne, da, violett, in dem Ding rein. Jawohl, das war jetzt also wohnen gewesen, das ist auch mega easy da, alles, was es ist, und da hat sich nicht viel verändert. Da habe ich jetzt einfach nicht an, das müsste ich anziehen. Ja, doch, ein bisschen hat sich schon verändert. Ein bisschen, Tisch ist voller geworden, äh, Blümchen sind weniger, ja.